Wir sehen eine bunte Schar, es klopft, das heißt der Kind steht hier, komm öffnen, ganz schnell die Tür. Jetzt haben wir vergessen den März zu zeigen und der März steht da. Geht mal ganz hoch im März. Super. Aber jetzt kommt der April. Wer hat den April? Super. Ah, genau. Geht mal ganz hoch im März. Schrill nahrt der, der hat Wasser. Recht hetzt er alle Glückschen nass. An Regenschauern hat der Schar. Er treibt von Stunde zu Stunde, wenn es sein muss. Super. Na mal den April hoch, den Kunterbund. Geht nach das Jahr, die sind eine bunte Schar. Es klopft, das erste Kind steht hier, komm öffnen, ganz schnell die Tür. Jetzt kommt der Holger.